So, eins, zwei, und er hat drei, Heddy, man kennt ihn. Oh, und Internet, man kennt ihn. Was? Was für Cheating, Alter? What the fuck? Hä? Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem Statement-Video. Und ich habe es ja mitbekommen, ich habe letztens gestreamt gehabt. Und ich habe dann ganz normal gezockt und wurde dann relativ schnell aus dem Spiegel kickt und gebannt. Für Cheating, permanent. Uff, da habe ich Petrid aber hops genommen. Oh, Junge, nee, ist natürlich nur ein Spaß. War aber lustig, ich fand die Situation funny. Ich dachte mir, ich stelle das nochmal lächerlicher dar, als es eigentlich ist. Lasst Liebe da, für alle. Und jedem kann sowas mal passieren. Eigentlich eine witzige Aktion. Hier sind noch ein paar Outtakes für euch. Viel Spaß, habt einen nicen Day. Und pfff, meine Kraft. Was? Was für Cheating, Alter? Was? Wo muss ich so sitzen? Was? Was für Cheating, Alter? What the fuck? What the fuck? Hä? Hä? Ich habe letztens gestreamt gehabt und äh... Ganz normal gezockt und wurde relativ schnell aus dem Spiegel kickt und... Ich habe dann ganz normal gezockt und wurde dann relativ schnell aus dem Spiegel kickt und ähm... Und gebannt. Und ähm... Gebannt. Für Cheating permanent. Für Cheating permanent. Ich bin wahnsinnig aus dem Spiegel rein. Und wenn du alles bekannt hast... Und wenn ich wirklich ein Filmonen benutzen kannst... Was die Reaktion des Spiegel rein.